Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir, nämlich den Robert Gebenrath. Robert ist externer CFO. Was das genau bedeutet, das erfährst du in diesem Video und viel wichtiger für dich ist. In diesem Video erfährst du auch, wie du für dich als Handwerksbetrieb und Fachfirma rund ums Haus deine Liquidität im Auge behalten kannst, sodass du eben deine Firma eben sicher auf der finanziellen Seite betreiben kannst. Und ja, das Ganze wird in dem Video hier heute thematisiert und ich wünsche dir viel Spaß. So, genau. Also ich habe hier heute den Robert. Robert, herzlich willkommen erst mal hier im Video und hier bei uns bei der A&M. Ja, vielen Dank. Freut mich hier zu sein. Ja, Robert, du bist externer CFO und Robert war auch bei unserem A&M Fachfirmenkongress als Speaker mit am Start, was sehr, sehr cool war, einen sehr, sehr coolen Vortrag dort gehalten. Wir blenden hier mal ein bisschen Material ein im Hintergrund. Siehst du das Ganze jetzt? Und Robert hat auf dem Event uns mehrere Strategien mitgegeben, wie man als Handwerksbetrieb und als Fachfirma rund ums Haus eben das Thema Liquidität managen kann. Aber vielleicht noch mal ein Stück vorher, Robert, externer CFO, RG Finance heißt dein Unternehmen. Was macht ihr da eigentlich genau? Genau. Genau, externer CFO. CFO steht für Chief Financial Officer, also zu Deutsch der Finanzchef oder kaufmännische Leiter. Darum geht es dann in unserem Tun. Also kümmern wir uns insgesamt um drei Bereiche bei unseren Kunden. Einmal das ganze Thema Rechnungswesen, Prozesse, Rechnungswesen, Prozessoptimierung. Dann Finanzplanung, Controlling, KPIs. Dieser ganze Bereich, den machen wir dann für die Kunden als Service und auf der Basis beraten wir finanzstrategisch. Bedeutet ganzheitlich den Zahlenbereich im Blick, so wie es intern auch ein CFO machen würde, nur das eben als externes Konzept und Service. Ja, also quasi der kaufmännische Leiter so im Betrieb. Wir haben auch häufig jetzt die Erfahrung gemacht in der Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben, mit Handwerksbetrieben, dass eben selbst wenn das Geschäft gut läuft, selbst wenn man gute Umsätze schreibt und Mitarbeiter da sind, die Neukunden da sind und so weiter, trotzdem das Thema Liquidität natürlich immer extrem wichtig ist und man da auch schnell in Schieflage tatsächlich geraten kann. Wenn man irgendwie zu viele Ausstände hat, das mit Bestellungen und so weiter nicht funktioniert. Das heißt auch, also wenn du jetzt glaubst, naja, einen CFO oder einen kaufmännischen Leiter brauche ich jetzt für mein Unternehmen nicht, weil ich irgendwie noch zu klein bin oder weil ich ein kleiner Betrieb bin. Im Endeffekt kümmert ihr euch sozusagen darum oder so mit deinem Team kümmert ihr euch halt darum, dass das Unternehmen einfach solide finanziell aufgestellt ist und dass dort alles sauber läuft. Weil als Geschäftsführer von einem Handwerksbetrieb, wir haben ja auch häufig Kontakt, also täglich Kontakt mit Inhabern von Handwerksbetrieben, da merke ich einfach in Gesprächen auch, dass das ein Thema ist, mit dem man sich meistens auch nicht so intensiv auseinandersetzt. Vor allem als Handwerker, da kümmerst du dich um deine Kunden, dass alle happy sind, kümmerst dich darum, dass du Mitarbeiter bekommst, dass deine Mitarbeiter happy sind und dass ihr alle einen geilen Job macht. Und das Thema Finanzen ist halt so nebenbei. Und trotzdem haben wir auch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass einige Unternehmen deswegen auch in Schieflage geraten sind, weil einfach man merkt auf einmal, das Konto wird immer leerer und leerer und leerer. Was ist denn da los? Wir müssen hier mal was machen. Und diese Erfahrung haben wir jetzt auch gerade in Zeiten der Materialknappheit und so weiter gemacht. Genau. Und ich würde ganz gern mal mit dir besprechen, also das Coole ist, warum das hier auch sehr interessant ist für dich als Handwerksbetrieb, ist, dass Robert halt auch sehr viele Handwerksbetriebe schon beraten hat. Also das ist ganz cool. Wir arbeiten auch mit Robert zusammen und er schaut bei uns auch extern mit drauf auf die Finanzen. Und ja, Robert, vielleicht kannst du ja mal so ein paar Tipps oder so ein paar Insights mit uns teilen oder mit unseren Zuschauern auch teilen. Was hat man so für Möglichkeiten oder wo muss man eigentlich drauf schauen als Handwerksbetrieb? Warum ist das eigentlich so wichtig und wo genau schaut man drauf? Genau. Also erst mal grundsätzlich, du hast es schon angesprochen, nur weil es gerade im Vertrieb gut läuft, man ein gutes Team hat und so weiter, heißt es noch lange nicht, dass man die Finanzen komplett im Griff hat. Sozusagen man kann hohe Auftragsvolumen haben, aber trotzdem verspätete Zahlungseingänge, dann muss man wieder Material vorfinanzieren, das wird teurer und dann auch das Ganze unvorhergesehene. Wir sind die letzten drei Jahre wirklich von links nach rechts geklatscht worden, wenn man das so sagen kann mit Corona, mit der Inflation, mit dem Materialthema Energie, steigende Energiepreise. Es sind so viele Sonderfaktoren, die da auf einen einprasseln, wo man so für sich dann auch mal schauen muss, wie das in so einem Szenario aussieht, wenn das jetzt so weitergeht und so weiter. Das sind alles Themen, man soll einfach auch ruhig schlafen können, gerade wenn man einen guten Vertrieb hat, gerade wenn man ein gutes Team hat, gute Kundenerfolge, dann muss man trotzdem ruhig schlafen können und das kann man nicht, wenn man einfach keine Übersicht hat. Es geht erstmal darum, allein diese Übersicht, diese Klarheit über Zahlen zu bekommen, damit man auch die richtigen Entscheidungen treffen kann. Kann ich die nächsten Mitarbeiter einstellen? Kann ich mir das leisten? Kann ich jetzt mir schnell viel Material noch auf Lager holen, weil die Preise gerade steigen? Das sind alles so Fragen, die einen umtreiben, dann auch als Handwerker gerade, wo man nur mit einer guten Zahlenübersicht überhaupt klarkommt. Das ist ein gutes Stichwort, weil, also ich habe auch schon mit Handwerksbetrieben gesprochen oder mit Geschäftsführern, die haben gesagt, du, ich schaue gar nicht mehr aufs Konto, weil ich Angst davor habe, was mich da erwartet. Ja, ja. Also das ist natürlich eine Situation, in die man natürlich nicht kommen will, weil, und ich kann das genau nachvollziehen, wenn man da keine Übersicht drüber hat, dann kann man auch einfach nicht ruhig schlafen und man kann ja auch überhaupt nicht, man ist in so einer Starre, man weiß nicht, kann man sich jetzt den Mitarbeiter so noch leisten, kann man jetzt das machen? Also das ist schon mal, finde ich, diese Übersicht zu haben, ist schon mal so einer der wichtigsten Punkte. Genau, man muss dem halt ins Auge blicken, auch wenn es gerade dann mal nicht so gut läuft, es ist halt wichtig, diese Klarheit zu haben, weil sonst, das ist unverantwortlich, das nicht zu tun. Du hast Mitarbeiter so, du hast Kunden und wenn du gegen die Wand fährst einfach, dann ziehst du ein paar mehr mit in den Abgrund sozusagen. Deswegen hast du auch als Geschäftsführer einfach eine Verantwortung, da wirklich hinzugucken und nicht zu sagen, oh, es läuft gerade nicht so, ich gucke mir den Kontostand gerade nicht an oder die BWA. Und das ist meistens so im Management bei Kontostand, ich gucke mal auf die BWA, die habe ich eineinhalb Monate später und das reicht irgendwann halt nicht mehr aus. Und gerade wenn es jetzt schnell und volatile Zeiten sind, dann sollte man da doch ein Stück weit professionalisieren. Also sagst du, der erste Punkt, schon mal der erste Schritt, um das Thema anzugehen, ist, dass sich eine Übersicht zu verschaffen, ne? Genau, einmal die Übersicht über die Zahlen und natürlich auch gerade, wir haben auch auf das Liquiditätsthema sind wir gekommen, ist ja auch, Liquidität ist das Blut im Organismus eines Unternehmens. Wenn es nicht da ist, bist du weg sozusagen. Insolvenz hat meistens nur mit Liquiditätsengpass zu tun oder dann eben Zahlungsunfähigkeit. Liquidität ganz einfach beschrieben ist, also... Liquidität ist der Cash, Cash, was du hast in der Kasse, im Bankbestand, das ist die Liquidität. Damit kannst du arbeiten, damit kannst du einkaufen, da kommt von den Kunden was rein und das ist eben dieses, was reingeht, was rausgeht, ist der Cashflow. Der Cashflow ist dann eben Zuflüsse minus Abflüsse sozusagen, ist der Cashflow und der muss eben auch gehandelt werden, weil du kannst sehr rentabel sein und viel Gewinn machen, trotzdem negativen Cashflow haben. Und das ist erstmal, das muss man auch erstmal verstehen, dass das so ist. Dann schaffst du vielleicht eine Maschine an, vielleicht falsch finanziert und so weiter. Dann sind das Themen, wo es dann schnell mal auch ins Negative gehen kann. Deswegen muss man das auf vielen Ebenen angucken. Bin ich rentabel, ist die eine Ebene. Bin ich liquide, ist die andere Ebene. Und die dritte ist noch, wie ist meine Bilanz strukturiert. Weil auch hier, wie viel Eigenkapital habe ich im Vergleich zur Bilanzsumme? Das sind Themen, auf die rated ein eine Bank. Und wenn die Bank dann sagt, das sieht nicht gut aus, dann werden auf einmal Kredite gestrichen oder teurer. Dann drückt das wieder auf die Rentabilität, dann drückt das wieder auf die Liquidität. Das ist ein Zusammenspiel aus allem. Und deswegen kann man das auch nicht isoliert betrachten. Aber gerade Liquidität, gerade auch bei noch kleineren Unternehmen oder so, ist Liquidität mit Abstand das Wichtigste. Okay. Das heißt, erstmal im ersten Schritt sich eine Übersicht zu verschaffen, wie eigentlich die aktuelle Lage ist. Sowohl die Zahlenlage, aber auch diese strukturellen Themen, die du eben angesprochen hast. Und dann das Thema Liquidität. Darauf lag ja auch dein Fokus bei dem Vortrag bei uns. Was gibt es da so als Handwerker, was hat man da für Möglichkeiten? Oder was würdest du sagen, was sind so im Hinblick auf die Liquidität so die wichtigsten Themen? Genau. Wenn du die Base drin hast und eine Finanzübersicht hast sozusagen, also da geht es einmal um grobe Übersicht, ja. Aber gerade bei dem Thema Liquidität sollte zwingend eine Liquiditätsplanung vorliegen. Das bedeutet nicht nur ein Ist-Stand sich anzugucken, wie sieht es denn jetzt auf meinem Kontomanagement bei Kontostand, sondern die Zuflüsse und Abflüsse für die nächsten Monate dann auch sauber zu planen. Und das ist, ja, es ist Kaffeesatzlesen ein Stück weit, aber viele Themen sind ja klar. Du hast ein offenes Auftragsvolumen. Du hast eine Planung, wann welcher Auftrag abgearbeitet wird. Du weißt, wie viel Mitarbeitergehälter, wie viel Raumkosten du hast, wann du wie einkaufst. Das sind alles Themen, die sind klar, auch für die nächsten drei bis sechs Monate. Und das sollte man deswegen im Blick haben. Gerade wenn du die Liquidität optimieren und managen willst, musst du sie planen. Deswegen mein erster Appell ist auf jeden Fall, du brauchst unbedingt eine Liquiditätsplanung. Wenn die nicht vorhanden ist, unbedingt darum kümmern. Nur dann kannst du deine Liquidität sauber managen, weil sonst würden die Maßnahmen gar nicht greifen. Sonst hast du das Prinzip Schrotflinte. Wenn du eigentlich präzise auf ein Ziel gehen möchtest, irgendwas optimieren möchtest und Prinzip Schrotflinte, hast du halt große Streufern. Das heißt, du weißt gar nicht, welche Maßnahme wie fruchtet. Das heißt, die Planung ist die Base von allem. Auf der Basis kannst du auch gucken, oh, jetzt erhöhen sich die Preise, jetzt ist das Corona, jetzt verliere ich ein paar Aufträge, jetzt ist das und das. Dann kannst du das einfach aus der Basisplanung, die du angelegt hast, als Szenario sagen, okay, Szenario, Corona bleibt noch x Monate. Szenario, Material steigt weiter um 5%. Das sind dann so die Themen, die man sich dann anguckt. Aber das erste, erster wesentlicher Hinweis hier an der Stelle ist, plan deine Liquidität. Okay, wie das im Detail funktioniert, da wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen, weil da kann man schon sehr in die Tiefe gehen. Also wer da Interesse hat, gerne auch mal auf die Webseite von Robert drauf gehen. Wir verlinken das hier unter dem Video auch in der Infobox. Und da kannst du dich informieren, wie das genau funktioniert. Okay, das heißt, im ersten Schritt Übersicht verschaffen und im zweiten Schritt Liquidität planen. Also das ist... Genau, das kann man als einen auch zusammenfassen. Das gehört für mich für eine gute Übersicht dazu. Klar, stimmt. Und wenn die Übersicht dann da ist, dann sind es insgesamt so drei Themen, die man sich angucken kann. Weil, wie gesagt, Zufluss minus Abfluss, Einnahme minus Ausgabe, das ist Liquidität, das ist dann der Cashflow sozusagen. Und also kann man sich drei Sachen angucken. Zwei kommen von innen. Und zwar das Thema der Einnahmen und der Ausgaben. Also auch vor allem das Thema der Forderungen, dass der Kunde sozusagen, du stellst dem eine Rechnung, der zahlt ja nicht sofort. Das heißt, die Forderungen sind komplett in Abhängigkeit oder stehen in Verbindung mit dem Bankbestand. Sind die Forderungen hoch, ist der Bankbestand niedrig. Sind die Forderungen niedrig, ist der Bankbestand hoch. Das ist so eine Schere, die auf und zu geht. Und das muss man erst, also das ist sozusagen diese Einnahmenseite. Dann auf der anderen Seite, wenn ich was einkaufe, Lieferanten sozusagen, dann kriege ich Ware geliefert, dann muss ich die ja auch erst ein paar Tage später zahlen oder wenn die angekommen sind und so. Das ist meine Verbindlichkeit. Das heißt, wann gebe ich was aus? Das ist die zweite Seite. Und die beiden Sachen passieren von innen. Und die dritte ist eben, von außen Kapital reinzuholen. Das sind so die drei Sachen. Und da kann ich jetzt gern nochmal so auf drei Hinweise eingehen, die als Handwerksunternehmen spannend sind für jede Ebene. Ja, klar, gerne. Ja, lass uns das gern mal machen. Du hast es eben schon angesprochen. Also das, was ich eben sehr, sehr häufig auch bei unseren Partnerbetrieben merke, ist so dieses Thema Forderungsmanagement. Und aber auch das Thema, wie geht man eigentlich damit um mit Anzahlungen? Wie hoch kann man da gehen? Wie geht man das Thema überhaupt an? Also das sind so, ich glaube, Forderungsmanagement und das Thema Anzahlungen. Das ist so ein sehr, sehr interessantes Thema für auch unsere Zuschauer und auch unsere Partnerbetriebe, weil das kommt auch immer wieder vor, dass wir da auch drauf hinweisen. Aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Genau. Also man kann sich ja eigentlich einfach anschauen, so wann hast du Forderungen? Wenn du jemandem eine Rechnung stellst und die noch nicht sofort bezahlt ist, dann bauen sich Forderungen auf. Was wäre denn der Best Case, den man sich anguckt? Der Best Case ist, du kriegst einfach einen hohen Preis und alles up front. Dann hast du keine Forderung, kannst sogar mit dem Geld arbeiten und idealerweise startet der Auftrag sogar später und du kannst mit dem Geld erst mal einkaufen. Das wäre natürlich die Traumvorstellung. Ja, klar. Ist das realistisch? Selten. Aber trotzdem muss man ja gucken, wie man in so eine Richtung kommen kann. Das bedeutet, wie kriege ich es hin, dass mein Kunde wirklich pünktlich zahlt. So, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die man hat. Man kann auch gucken, ob man mit SEPA-Mandaten arbeitet. Man kann gucken, in dem Forderungsbereich, dass man auf jeden Fall ein strukturiertes Forderungsmanagement braucht. Ja. Dass man das auch automatisiert hat. Da gibt es super Software-Tools, gerade im Handwerk auch super Software-Tools, die man nutzen kann, wo man, wenn man eine Rechnung rausgeschickt hat, die wurde nach drei Tagen zum Beispiel nicht bezahlt, Zahlungserinnerung. Ja. Dann nach sieben Tagen Mahnung und so weiter. Und dann auch einen physischen Touchpoint mit einbauen, dass jemand anruft. Weil sonst kann man auch Kunden nachhaltig verschrecken. Ja klar, wenn da nur so eine E-Mail kommt, bitte zahlen Sie jetzt. Und dann später. Irgendwann abends in Kasse hoch. Genau. Und keiner hat mit keinem geredet. Das natürlich stößt nicht gut auf. Ja, das ist so ein Punkt. Also im Endeffekt Forderungsmanagement heißt ja letztendlich einfach, dass man auch mal ein System hat. Einfach, dass du nicht eine Rechnung stellst und dann sagst, naja, hoffentlich überweist er irgendwann. Und nach zwei, drei Monaten guckst du mal drauf, ob die Rechnung jetzt überwiesen wurde. So läuft das auch bei vielen, dass da einfach nicht systematisch drauf geschaut wird. Dass man auch selber so eine Richtlinie oder so Vorgaben hat. Nach drei Tagen passiert das. Nach sieben Tagen passiert das. Dann passiert das und das. Also dass man da strukturiert auch vorgeht. Ganz klaren Prozess dafür haben. Ganz klaren Workflow. Das mit den richtigen Tools automatisieren. Ich habe da auch ein Best-Practice-Workflow, den wir dann bei den Kunden mit einführen. Ich habe Best-Practice-Software, die wir da bei den Kunden mit einführen. Und das ist eben enorm wichtig, das richtig auf dem Schirm zu haben, damit man hier möglichst den Forderungsbestand abbauen kann. Dann hat man wieder mehr Kohle zur Verfügung. Und das nächste Thema ist natürlich auch Pricing sozusagen. Wie kriege ich es hin? Und da gibt es auch klare Themen beim Thema, wie groß muss meine Vertriebs-Pipeline sein, damit ich dann meine Preise erhöhen kann. Oder ich muss dann nicht mal die Preise erhöhen. Ich kann ja einfach die Zahlungsmodalität verbessern. Dass ich vielleicht eine Abschlagszahlung am Anfang bekomme und so. Und das geht aber nur, wenn du nicht abhängig bist von Aufträgen. Und damit du nicht abhängig bist von Aufträgen, brauchst du eine gefüllte Pipeline. Und da sind die Kunden ja bei euch an der besten Stelle, dass dafür gesorgt wird. Und mit dieser Hilfe, dass wenn man dann genug Kundenleads zur Verfügung hat sozusagen, dann kann man auch gerade, dann kann man auch die finanzielle Lage wieder verbessern. Weil man dann in so eine Art strategisches Pricing übergeht. Ja, dann kannst du dir sozusagen die Kunden, die auch bereit sind, deine Preisstrategie mitzumachen, das kannst du dir dann auch erlauben, weil du eben genug hast. Genau, richtig. Weil du genug Anfragen hast, ja. Okay, das heißt, das Thema Forderungsmanagement haben wir uns angeschaut. Das Thema Anzahlung, das ist also aus unserer Sicht auch noch ein wichtiges Thema. Also früher war das immer so, dass Handwerker auch da nicht so richtig sich getraut haben, eine höhere Anzahlung zu nehmen. Mittlerweile 50 Prozent Anzahlung ist schon fast Standard. Und also einige machen das sogar noch mehr. Also die gehen da sogar noch höher. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um seine Liquidität am Anfang direkt zu verbessern. Unbedingt. Also das ist, je besser du das hinbekommst, ich habe ja gesagt, der Idealzustand ist alles halt up front. Alles direkt zu Anfang an. Ja, okay. Gut. Das heißt, Liquidität planen, Forderungsmanagement einführen. Du hast eben noch SEPA-Mandat gesagt. Das bedeutet ja letztendlich, dass man sich vom Kunden die Zahlungsinformationen holt und das Ganze dann einzieht. Genau. Das ist natürlich auch noch etwas, wo man oftmals denkt, ah, das geht bei mir nicht durch in meiner Branche und so. Aber auch gerade mit Endkunden, das geht. Grundsätzlich machen viele so. Ja, klar. Du hast auch irgendwo, auch privater Natur, oftmals ein SEPA hinterlegt. Und das ist ja für beide Seiten entspannt, wenn man das macht. Man kann das auch gut kommunizieren. Also dass man einfach sagt, naja, wir würden das dann einziehen. Das ist dann für sie kein Mehraufwand, weil sie müssen dann nicht den Überweisungsträger oder ihr Online-Banking ausfüllen. Genau. Und wir müssen sozusagen nur einmal das Ganze hinterlegen. Das heißt, für beide Seiten sehr, sehr interessant. Genau. So kommuniziere ich das auch immer. Jeder meiner Kunden fühlt auch ein SEPA-Mandat aus. Und dann sage ich so, ihr habt keinen Stress mit den Überweisungen. Ich muss meinem Geld nicht hinterherlaufen. Ja. Und wenn alle zufrieden sind, passt das ja. Ja, klar. Ja, top. Okay. Jo, ich weiß nicht, ob noch ein Punkt von den dreien offen war oder ob wir schon alle abgehen. Genau, zwei. Also wir können einmal noch kurz die beiden anderen anreißen sozusagen. Wir haben einmal das Thema dieser Eingänge. Das heißt, die Forderungen müssen aktiv gemanagt werden. Das andere sind die Ausgänge. Das bedeutet, wie man dann zum Beispiel die Liquidität schonend hat bei Materialeinkauf zum Beispiel oder bei Zahlung von Rechnungen. Weil da geht es oftmals darum, gerade wenn ein materialintensives Geschäft da mit bei ist, viel so ein bisschen in Richtung Handel plus Montage plus Service und so weiter. Dann ist es so, dass man ja dann auch im großen Stil einkauft. Ja. Und wenn man die schafft, später zu bezahlen, dann finanziert man sich ein Stück weit über den Lieferanten und hat auch Liquiditätsschonenden Effekt. Ja. Wie kriege ich das hin, dass ich das später zahlen kann? Natürlich Verhandlungen mit den Lieferanten, klar. Aber gerade was viele vernachlässigen, ist das Thema Bonitätsmanagement im Hintergrund. Okay. Und wenn du eine gute Bonität hast bei einer Kreditreform, bei deiner Bank, bei wahren Kreditversicherern, wird komplett vernachlässigt. Wenn du da die Bonität gut managst, dann kann auch dein Lieferant, versichert sich dann über ein Euler Hermes, ein Atradius, wahren Kreditversicherer, guckt bei der Krefo, wie dein Score ist. Und auf der Basis gibt er dir die Zahlungsziele. Das musst du ja verstehen, wie sein Mechanismus funktioniert. Und wenn das aktiv von dir gemanagt wird, manche haben dann noch nie einen Jahresabschluss hingeschickt, das ist fahrlässig. Aber auch gerade da kann man mit guten Übersichten und wir arbeiten sehr viel und sehr eng mit denen zusammen. Ich habe Mitarbeiter, die haben davor dort gearbeitet. Ich weiß, wie die Algorithmen teilweise funktionieren. Das heißt, wir wissen genau, wie wir diese Bonität steuern können und sind da sehr erfahren. Und deswegen machen wir das auch für unsere Kunden, dass wir es aktiv managen und aktiv mit den Leuten in Kontakt sind. Und dadurch kriegen wir es oftmals hin, dass wir die Zahlungsziele massiv verbessern, dass wir dann teilweise 60, 90 Tage Zahlungsziel haben, nachdem die Ware da ist. Und dann kurzerer Sale-Cycle und dann dreht sich das Rad aufwärts. Das ist auch super wichtig. Das ist ja im Endeffekt wie so eine Beziehung, die du auch zu deinen Lieferanten und Herstellern dann aufbauen musst. Und das macht ihr auch dann für den Kunden ein Stück weit mit, dass ihr die richtigen Informationen bereitstellt und so weiter. Dass auch der Lieferant auch weiß, okay, wie ist da sozusagen die finanzielle Situation auf der anderen Seite. Genau, aber das ist über Bande gespielt sozusagen. Also wir pflegen die Beziehung hin zu einer Bank, zu einer Kreditreform, zu den wahren Kreditversicherern. Und die Lieferanten holen sich von denen die Informationen über den Kunden. Und so über Bande, ja, aber die Lieferantenbeziehung bleibt bei Kunde und Lieferanten. Ja, ist ja auch sinnvoll. Aber das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil ich weiß nicht, wie viele von euch mit ihren Lieferanten auch eine richtige Beziehung aufbauen im Sinne von, dass auch Finanzdaten sozusagen ausgetauscht werden, dass man aber auch zum Beispiel bei Kreditreform und so weiter seine Zahlen aktuell hält. Und dass eben die Lieferanten da auch eine Einsicht haben, okay, kann ich denn dort weitere Zahlungsziele geben? Also und das, wie Robert eben schon gesagt hat, hilft euch dann natürlich, diese Ware ein Stück weit vorzufinanzieren. Weil wenn du die Ware erst bezahlst, wenn du die Anzahlung zum Beispiel schon reingeholt hast, wieder von dem Verkauf. Also du kaufst zum Beispiel Ware ein, dann hast du einen kurzen Verkaufsprozess, verkaufst das Produkt schon, bekommst schon die Anzahlung wieder. Oder hast du im Idealfall schon den gesamten Auftrag abgeschlossen, bevor du überhaupt die Rechnung beim Lieferanten bezahlst. Dann ist es natürlich von der Liquidität her sehr, sehr attraktiv. Genau. Und das ist wieder dieses Orchestrieren zusammen mit dem Vertrieb. Und wenn das läuft und man das dann so machen kann und dann die späten Zahlungsziele, dann hat man so eine Aufwärtsspirale, die sich da ergibt, wo man sein Unternehmen extrem gut ins Wachstum bringen kann. Ja. Also ihr seht, das Ganze ist so ein richtiger Mechanismus, wo verschiedene Themen sozusagen zusammenspielen, die dann dazu führen, dass dein Betrieb einfach viel robuster erstmal ist. Aber auch du die Fähigkeit hast, auch solide zu wachsen, ohne da schlecht schlafen zu können, weil du nicht weißt, wie das Ganze finanziert werden soll oder nicht weißt, wann jetzt die Kunden endlich zahlen. Genau. Und so kriegst du es an sich auch aus einer guten Eigenfinanzierung hin. Wenn man dann nochmal ein bisschen nochmal sich absichern möchte und noch nicht in dem Stand ist, vielleicht dann auch irgendwann mal eine Notsituation hat, dann ist natürlich auch wichtig, die Bonität im Griff zu haben, um dann auch auf das Thema Fremdkapital einzugehen. Auch hier gibt es wunderschöne Instrumente, die man machen kann im B2B, gerade das Thema Factoring, wenn man mit Größen Warenpark und so weiter arbeitet, Sail and Lease Back Finanzierung, spannende Themen, einfach um so ein paar Stichworte zu nennen. Ja. Das ist eine Stichworte, die mittlerweile auch über gute Online-Anbieter funktionieren kann. Darlehen muss nicht über die klassische Hausbank zwingend gehen, wo man dann teilweise drei Monate wartet, bis das Geld da ist, sondern man kann da auch in Richtung Online-Banken oder so. Da haben wir auch gute Kontakte, aber es gibt auch viele schwarze Schafe, aber einige sehr gute, wo man dann nach sieben Tagen das Geld auf dem Konto hat oder das Thema Kontokorrentlinie, dass man dann eben nochmal sich anders das Lager vollpacken kann oder das Konto ziehen kann beim Lieferanten. Das aber auch erst ab einer bestimmten Cashmenge auf dem Konto, auch da haben wir klare Richtlinien sozusagen und so kann man das Ganze ein Stück weit justieren und dafür sorgen, dass man wirklich ruhig schläft, gute Übersicht hat und sein Unternehmen in eine Aufwärtsspirale finanziell bringt. Mehr Rentabilität, mehr Liquidität, dann macht das Unternehmen Spaß, dann kann man sich auch guten Gewissens um die Kunden kümmern, kann das Ganze ins Wachstum bringen und kann hier sich den einen oder anderen Marktanteil vielleicht noch sichern. Ja, ich glaube, das war ein cooles Schlusswort, eine Aufwärtsspirale. Es klingt immer gut und wollen wir alle haben, ruhig schlafen wollen wir auch alle. Ich denke, das war mega aufschlussreich. Du hast also hier einige Informationen bekommen, wie du deinen Betrieb da in finanzieller Hinsicht noch besser aufstellen kannst und mir ist natürlich bewusst, dass es ein relativ kompliziertes Thema ist, deswegen haben wir diese Themen jetzt hier erstmal angeschnitten. Wenn du sagst, das ist interessant für dich, dann geh gerne mal zu Robert auf die Webseite, dort kannst du dich auch mit Sicherheit mal beraten lassen, was man bei dir im Betrieb machen kann. Genau, www.rg-finance.de und dann bieten wir immer eine kostenlose Erstberatung an, da haben wir auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung, gucken uns vielleicht auch schon mal Zahlen an und so und dann können wir auf der Basis dann schon mal gucken, was wir grundsätzlich tun können. Super, ja, also ein cooles Angebot, vielen Dank dafür auf jeden Fall und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du konntest da einige Punkte mitnehmen, die für dich interessant sind, die dir im täglichen, im Tagesgeschäft weiterhelfen, dein Unternehmen auch jetzt strategisch vielleicht ein bisschen finanziell besser aufzustellen oder da noch robuster zu machen. Ja, wenn du, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne auch einen Daumen hoch und wenn du nichts mehr von diesen Videos verpassen möchtest, dann abonniere auch den Kanal und aktiviere die Glocke, dann ja, bekommst du auch mit, wenn wir hier neue, coole Videos und coole Interviews haben. Vielen Dank, Robert, dass du hier warst, hat mir mega Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos und ich sage bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.